Hanna, es ist ziemlich kalt hier oben in Höhe. Wie war das, heute ein Rennen zu fahren? Auf jeden Fall sehr kalt, aber trotzdem ein gutes Rennen gelungen. Also ich glaube, wir können stolz sein, dass das Team geschafft hat. Es war ein bisschen ärgerlich. Am Ende waren wir nicht bei der ersten Gruppe dabei, als wir in die Mühe gefahren sind. Wir waren hinter so einem kleinen Sturz, aber ansonsten kann man nichts bereuen. War alles, was wir hatten heute. Wie war das Gefühl, als ihr am Start standet und es auf einmal angefangen hat zu schütten? Es war eh schon kalt und dann das Wasser dazu. Ja, es war kalt, aber trotzdem kann passieren. Das ist halt der April. Aber ich war jetzt nicht so negativ. Dann im Neutralen wurde mir extrem kalt, da habe ich gedacht, oh Gott, was wird das? Aber dann war Gott sei Dank der erste Berg und da ging es dann. Dann war es okay. Nach dem Motto, was nicht tötet, härtet ab. Wie abgehärtet hat euch das jetzt für Lüttich? Ja, das hat uns auf jeden Fall abgehärtet. Ich hoffe auf ein bisschen besseres Wetter am Sonntag, aber es sieht ja ähnlich aus. Da haben wir ja schon mal das trainiert jetzt. Aber formtechnisch, freust du dich auf Sonntag? Ja, ja, eigentlich schon. Dann viel Glück da, danke dir. Ich war mir da, danke dir. Ich hab mich da, danke dir.